Was muss ich alles beerdigen? Wo hoffe ich auf eine Auferstehung? Warten wir ab, was der heutige Tag bringt. Vielleicht stimmt es ja, was Christus versprochen hat. Am dritten Tage werde ich auferstehen von den Toten. Und so schütze und segne uns an diesem Kar-Samstag in der Corona-Zeit der Allmächtige Gott. Er bleibe immer bei uns. Amen. Die Aufzeichnung entstand an der Appenkirche Merenberg, der St. Jakobskirche. Die Appenkirche steht auf dem Friedhof. In ihrem Bereich lag die im Spätmittelalter unter dem Einfluss der Merenberger Neugründung wüstgewordene Dorfsiedlung Appenkirchen. Seit dem späten 16. Jahrhundert dient sie als Kirche des umliegenden Friedhofs. Dessen älterer Teil wird von einer gebrochen verlaufenden Ringmauer umgeben. Die Entstehungszeit der Kirche ist unbekannt. Sie wird wohl auf 1200 datiert. Dann wird von einer gebrigten Untertitelung des ZDF, 2020